Im Gasthof Schober ziehen alle Familienmitglieder seit über 100 Jahren an einem Strang. Ziel war es und ist es, die Gäste persönlich zu betreuen und ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten. Das Gasthaus in der Almenlandregion bietet ein ideales Ausflugsziel. Wanderer starten ihre Touren gerne vom Gasthof aus, in unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein Reitstall. In der Speisekarte finden sich Spezialitäten der gutbürgerlichen Küche, saisonale Schmankern und Jausengerichte. Diese können sie selbstverständlich, wie das Wetter es zulässt, auch im gemütlichen Gastgarten mit Traumaussicht genießen. Für die Zubereitung werden vorwiegend Produkte aus der Region verwendet und das schmeckt man auch. Für Festivitäten stehen ihnen sowohl die bequemen Räumlichkeiten als auch die engagierten Familienmitglieder jederzeit zur Verfügung. Im Jahr 2007 entschloss man sich zu einer Generalsanierung bzw. zum Umbau des Gasthofs. Die Neueröffnung erfolgte am 01.09.2007 und war ein voller Erfolg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wisconsin Musik Musik Bis zum nächsten Mal.